hallo und willkommen auf meinem kanal heute habe ich eine rezeptidee ich verrate nur nicht viel nur dass die zutaten die wir dafür brauchen sind überschaubar und das sind einmal brustfilet hähnchenbrustfilet zwiebeln knoblauch ei paniermehl von gewürzen brauchen wir pfeffer und salz und ein bisschen öl sonnenblumenöl habe ich in meinem fall hier zum anbraten also seid ihr neugierig dann bleibt dabei und wir legen sofort los nun brauchen wir den zerkleinerer und alle zutaten außer öl kommen rein ein stück fleisch die zwiebeln das ist verschwunden als nächstes gebe ich dann knoblauchzehe rein dann haben wir hier paniermehl alles zusammen rein geben pfeffer und salz ja und nun machen wir jetzt so und die maschine macht die arbeit jetzt anstecken mal gucken wir jetzt was daraus geboren ist jo perfekt hier und das ist die konsistenz genauso möchte ich jetzt haben ich hoffe dass in der kamera zu sehen ist perfekt dann kommt das alles in eine schüssel jetzt rein guckt euch das an das war mal ein stück fleisch und eine zwiebel und was daraus geworden ist eine fleischmasse mhm das tut er zu gut zwiebelknoblauch so sollte es aussehen und nun machen wir am herz weiter nun gebe ich so ein blumenöl in meine pfanne rein und lasse es erhitzen guckt da hier ist ein herzchen entstanden war nicht geplant ein ölherzchen hier oh cool mein trick wenn ich die frikadären formen dass sie nicht kleben macht man ein bisschen öl in der hand in meinem fall in meinen handschuhen und dann gebe ich mit dem löffel ein bisschen von der mischung so klein wie möglich dass man mit einem häppchen den mund bekommt und dann rein damit dann lassen wir alle auf einer seite gut anbraten und so lässt ihr auch die andere seite anbraten genauso gut braun sollen wir auch sehen ich lege mir auf dem teller hier ein stück papier küchenrolle dass das ganze fetten ausgesaugt wird und die erste stücke nehme ich schon raus guckt euch das an sieht richtig gut braun aus bin begeistert von dem rezept es geht schnell ja die sind schon fast alle fertig das braucht man auch ach das stück ist auch schon fertig ich habe jetzt hähnchenbrustfilet genommen man kann aber auch putten nehmen oder das lieblings rezept meines mannes ist mit fisch das rezept hat ihn ein norweger gesagt oder geteilt als er in norwegen fischen war und es wurden dann frisch frikadären daraus gemacht es wird genascht gleich und ich freue mich und voilá unsere hähnchenfrikadellen unser snack ist fertig zum probieren ich werde auch einer hier vernaschen so ein perfekter perfektes rezept zu fingerfood deswegen haben wir das mit finger gegessen ja was soll ich sagen perfekt schmeckt gut sehr gut muss man in Ruhe genießen zutze di Fatima auf Moldavisch würde man sagen zutze di Fatima darf ich aber nicht übersetzen ihr lieben mit einem wort genial ich bin begeistert von dem rezept und ich hoffe ihr habt auch Spaß gehabt mit mir heute ich werde vielleicht ein Teil 2 von dem Video noch bringen wo ich dann die Frikadelchen die hähnchenfrikadelchen in der Suppe dann rein mache ein anderes Rezept ja und ich sage bleibt gesund passt auf euch auf eure Daddy Tschüssi Tschüssi